Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist David Suchanek, Florian Stangl, Paul Reichl, Peter Sander, Martin Niederuber von der Umweltrechtskanzlei Niederuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Umweltrecht ist das mit Abstand spannendste Rechtsgebiet, weil es eine relativ junge Rechtsmaterie ist und weil es kein anderer Rechtsbereich gibt, der so große Auswirkungen auf unsere Zukunft hat. Weil es hier um wirklich etwas geht, nämlich einerseits die Umsetzung von Projekten und gleichzeitig die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und all das noch vermischt mit der Partizipation der Öffentlichkeit. Ich bin Umweltrechtler, weil es mir Spaß macht. Weil es der Zufall so wollte und weil ich viel an die frische Luft komme und mir dort Ökologen die Tier- und Pflanzenwelt erklären. Das komplizierteste Umweltgesetz, mit dem ich jemals zu tun hatte, ist, glaube ich, das Emissionshandels- Emissionszertifikatshandelsgesetz, oder wie heißt das? Emissionshandelszertifikategesetz, oder? Emissionszertifikategesetz. Emissionszertifikategesetz. Okay, nochmal. Meine Lieblingsentscheidung stammt vom Verfassungsgerichtshof aus dem Jahr 1990. Es geht dabei darum, dass Gesetze verständlich sein müssen, um nicht verfassungswidrig zu sein. Die Energiewende wird definitiv gelingen, weil wir keine Alternative dazu haben. Kopfzerbrechen bereitet mir nur, dass die Gesetze rundherum zu kompliziert sind. Wenn ich von heute auf morgen ein umweltrechtliches Verbot aussprechen könnte, dann wäre es ein Verbot von SUVs und Hammer in der Innenstadt. Wir machen drei Minuten Umweltrechtsvideos, weil ich schon immer im Fernsehen sein wollte. Weil wir gut aussehen. Weil wir es können. Weil es wichtig ist, dass Umweltrecht kurz und verständlich kommuniziert wird. Und weil es an Spaß macht. Unsere Videos muss man sich ansehen, weil wir die einzigen sind, die das können und das auch konsequent umsetzen. Weil wir gut aussehen. Weil wir hoffen, dass sie auch so wahrgenommen werden, wie wir sie wahrnehmen, nämlich dass sie gut sind und dass sie informativ sind. Verkoschert. Umweltrecht wird auch im Jahr 2050 noch von zentraler Bedeutung sein. Weil es immer einen Bedarf nach umweltrechtlichen Regelungen geben wird. Weil wir nur einen Planeten haben und auf diesen aufpassen müssen. Vielen Dank. Fertig. Das war einmal das Erste. Das ist total easy.